Liebe Lüdenscheiderinnen und Lüdenscheider, liebe Mitbürger, ich hoffe, Sie haben alle die Sommerferien, so wie ich, dazu nutzen können, Zeit mit Ihren Liebsten zu verbringen, sich zu entspannen und zu erholen. Eine kurze Auszeit hatten wir uns alle verdient, denn das Coronavirus stellt uns nach wie vor auf vielen Ebenen vor große Probleme und Herausforderungen. Diese Aufgabe zu bewältigen, wird uns alle noch eine ganze Weile beschäftigen. Umso wichtiger ist es, dass wir uns an all die geltenden Regeln halten, das heißt an die Maskenpflicht und vor allem an die Einhaltung des Mindestabstands. Das bedeutet aber auch, dass alle, die sich in einem Risikogebiet aufgehalten haben, dazu verpflichtet sind, einen Corona-Test zu machen und sich nach der Rückkehr aus dem Urlaub selbstständig zu Hause in Quarantäne begeben und das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises kontaktieren. Alternativ können Sie sich direkt an den Flughäfen und großen Bahnhöfen testen lassen. Ich bitte alle darum, diese Regelungen sehr ernst zu nehmen, im Interesse Ihrer Mitmenschen, aber auch Ihrer eigenen Gesundheit. Jetzt schon einmal Danke dafür. Ich möchte mich heute aber in erster Linie an die Schülerinnen und Schüler wenden. Für euch dürfte der morgige Tag ein ganz besonderer sein. Morgen findet an allen Schulen wieder Unterricht für alle Klassen statt. Zum ersten Mal seit dem 13. März, also seit fast fünf Monaten. Ganz besonders natürlich für die Schulanfänger. Das ist, glaube ich, ein Tag später. Aber für die ist es sogar das erste Mal, dass sie in die Schule kommen. Die Rückkehr zum sogenannten Präsenzunterricht ist ein weiterer wichtiger Schritt zurück in die neue Normalität, das heißt eben in die Zeit mit dem Coronavirus. Allerdings bedeutet der Beginn dieser neuen Zeit eben auch eine enorme Herausforderung für alle Beteiligten in den Schulen. Die NRW-Landesregierung hat beschlossen, dass die Maskenpflicht für alle Schülerinnen und Schüler ab der fünften Klasse auch im Unterricht gilt. Das ist nicht sehr angenehm, Mund und Nase über einen langen Zeitraum bedeckt zu halten. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Wie man hier sehen kann, die Maske ist immer dabei und ich muss sie eben auch gerade bei diesem Wetter ganz häufig tragen. Aber es gibt keine bessere Möglichkeit, nach Einschätzung der Experten, ist dieses Tragen von Masken alternativlos, wenn sich der Mindestabstand nicht einhalten lässt. Und das ist genau wie auf unseren Fluren hier im Rathaus, in den Klassenzimmern in der Regel nicht möglich. Daher möchte ich alle bitten, halten Sie sich, haltet ihr euch bitte an die Maskenpflicht. Nehmt bitte mehrere Masken mit, damit sie zwischendurch gewechselt werden können und denkt daran, sie müssen regelmäßig gewaschen werden. Denkt auch daran, dass sie in Busse und Bahnen mitgenommen werden, um dort ebenfalls zum Einsatz zu kommen. Ihr habt große Verantwortung, nicht nur für euch selbst, sondern auch gegenüber euren Lehrerinnen und Lehrern, den Eltern und auch den Großeltern. Wir müssen gemeinsam versuchen, eine weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern. Nur so können wir verhindern, dass es wieder zum Schließen von Einrichtungen, von Geschäften, von Restaurants oder Gaststätten kommt. Und natürlich auch von Schulen oder Kindertagesstätten. Lasst uns zeigen, dass wir den richtigen Umgang mit dem Virus inzwischen gelernt haben. Abschließend möchte ich mich an dieser Stelle noch einmal ganz besonders bei all den Lehrerinnen und Lehrern bedanken, die in den Monaten vor den Sommerferien wirklich ihr Bestes gegeben haben, um den Unterricht in digitaler Form irgendwie weiter aufrechtzuerhalten. Auch Ihnen wünsche ich selbstverständlich gutes Gelingen für den Schul-Restart. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ihr Bürgermeister, euer Bürgermeister Dieter Zewers. Herzlichen Dank fürs Zuhören.